Ganz ähnlich wie das Perlpatent wird das Moospatent gestrickt, mit dem Unterschied, dass es auf beiden Seiten gleich aussieht. Du beginnst auf der Rückseite mit einer Vorbereitungsreihe, also ich stricke eine Randmasche, eine Masche links abheben, Faden bleibt auf der Nadel, eine Masche rechts stricken, links abheben, Faden auf der Nadel, rechts stricken, links abheben, rechts stricken. Da entstehen eben diese, ich nenne sie Doppelmaschen, diese Maschen mit einem Umschlag, links abheben, rechts stricken, links abheben, rechts stricken, bis zum Ende der Reihe. Du benötigst eine gerade Maschenzahl, also Maschenzahl teilbar durch zwei. So, das war die Vorbereitungsreihe auf der Rückseite. Nun kommt die erste Musterreihe, ganz einfach. Eine Randmasche und nun ist es ganz einfach, eine Masche links heben und die Doppelmasche rechts stricken. Links heben, immer mit dem Faden auf der Masche und auf der Nadel. Und die Doppelmasche rechts stricken, also diese Masche mit Umschlag, als eine rechte Masche stricken. Links heben, rechts stricken, links heben, rechts stricken. Das ist die erste Musterreihe. Die zweite Musterreihe wird ganz genau so gestrickt, Nämlich die Randmasche, also die Randmasche, die Einzelmasche links heben, die Doppelmasche rechts stricken. Einzelmasche links heben, immer mit dem Faden auf der Nadel, nicht darauf vergessen, die Doppelmasche rechts stricken. Bis zum Ende der Reihe. Das ist die zweite Musterreihe. Also die erste und die zweite Musterreihe werden gleich gestrickt. Dritte Musterreihe. Ich musste immer die Fäden anziehen, weil ich Farbe gewechselt habe. Randmasche. Wieder eine Masche links heben, mit Faden auf der Nadel. Und die Doppelmasche nunmehr links stricken. Links heben, Faden auf der Nadel. Die Doppelmasche links abstricken. Die einzelne Masche links heben, die Doppelmasche links stricken. Links heben, links stricken. Immer abwechselnd. Und immer daran denken, dass der Faden beim Heben der Masche oben bleibt, damit diese Doppelmaschen entstehen. Und die vierte Reihe, du hast es schon erraten, wird genauso gestrickt wie die dritte Reihe. Eine Randmasche, eine Masche links heben und die Doppelmasche links stricken. Links heben, die Doppelmasche ist eine Masche links stricken. Links heben, links stricken. Das ist schon die ganze Zauberei. Also immer die Reihen 1 und 2 und 3 und 4 werden gleich gestrickt. 1 und 2 mit Doppelmaschen rechts abstricken, 3 und 4 Doppelmaschen links abstricken. Dazwischen die Maschen links heben. Auch hier entfaltet sich das Muster erst, wenn du ein bisschen mehr gestrickt hast, wie bei den meisten Patentmustern. Also jetzt wird es wieder weitergehen mit links heben, rechts stricken. Links heben, rechts stricken. Also immer so weit, du brauchst dir gar nichts zu merken. So, also sehr ähnlich dem Perlpatent, aber auf beiden Seiten gleich. Ein bisschen lockerer wird es als das Perlpatent. Das Perlpatent wird dichter. Das Perlpatent wird dichter.